Grundsätzlich verbindet das Element Regen alles. Der Regen ist auf der ganzen Welt ähnlich, nicht gleich, aber ähnlich. Wenn sie in Tropen sind, sind es eben wahnsinnige Regenmengen, brauchen sie große Systeme, große Kanäle, große Einlassquerschnitte. Wenn sie im Kalten sind, ich sag mal am Nordpol oder in Finnland, dann müssen sie Begleitheizungen damit reinlegen, sonst friert ihnen das da alles fest. Wir haben dann die Idee des Transnational Network gehabt, nämlich zu sagen, in jedem Land baut sich ein Mann unseres Vertrauens, ein Nationaler übrigens, ein Chinese in China, ein Amerikaner in Amerika, seine Firma ACO auf. Und schon meine Großmutter hatte dafür einen Spruch. Sie sagte, weder die Fische der Ostsee noch die Fische der Nordsee können unsere Kunden sein und deshalb müssen wir uns an die Welt hinaus begeben. Und dann kann ich auch, wie wir uns an die Welt hinaus haben. Und wir haben die Welt hinausgelegen, die wir uns an die Welt hinausgelegen.